Am Dokt Klammern gelöst. Wir haben Drohnen geladen, jedoch keinen Drohnen-Controller verbaut. Dieses Schiff befügt über einen Treibstoff-Sammler. Dieses Schiff verfügt über ein Bodenfahrzeug. Anfänger bisschen psychologically mit unserer Untertitelung. Jetzt noch 60 min Ofen einen Rechte und Ziegen personen. Jetzt noch einército Untertitelung des ZDF, 2020 Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 4, 3, 2, 1, Sprung! Supercruise Eintritt vollzogen. 4, 3, 2, Sprung! 4, 3, Sprung! 5, 3, Sprung! 5, Sprung! 5, Sprung! Untertitelung des ZDF, 2020